Hallöchen zusammen und willkommen hier zu einer neuen Folge Eko und Anni ist heute leider auch wieder nicht da. Das ist eine Unterstellung. Ja, nein, natürlich. Anni ist heute auch wieder am Start. Wie soll es auch nicht sein? Ja, echt mal. Hallo. Sie hat gesagt, nachdem ich ja letztens schon so vorbildlich alles gemacht habe, muss ich das heute wieder kontrollieren. Verstehe schon. Ja. Ich kann ja hier Mario nicht noch mal alleine lassen, das geht ja nicht. Es ist ja nicht das Gleiche. Nein. Echt mal, außerdem fehlt mir dann auch was. Ich habe mir die Folge ja selbst dann auch noch angeschaut. Ich wusste ja gar nicht, was Mario da zeigen will. Mir fehlt dann mal das ganze Chaos. Was? Ja, das Chaos. Ich glaube auch, das gute Chaos. Auf jeden Fall. Ja, da habe ich gedacht, nee, das geht nicht. Ich muss wieder mit dabei sein. Ich hatte letztens einfach keine Zeit. Ja, also der Server wollte halt nachts nicht. Naja, und den nächsten Tag war ich nicht da. Genau. Na eben. Aber naja, wir haben eine Notlösung gefunden. Eben. War jetzt ja auch nicht so geplant, aber. Das war aber auch nur die Ausnahme. Mhm. Mhm. So. Anni muss nämlich auch mitarbeiten, Freunde. Ja, hallo. Als ob ich jemals was anderes getan hätte. Ja. Übrigens, bevor wir es vergessen, morgen ist natürlich wieder Stream, ne? Also für diejenigen, die heute das Video schauen. Genau, morgen ist Samstag. Samstag ist wieder Stream. Stream. Ab. 31.03. Ab wann? Sag einfach ne Zeit. Ab wann? Los. Ab wann? Hau mal was raus. Na komm, sag mal was. Na, machen wir wieder 19 Uhr. Okay. Also morgen, also am morgigen Samstag, ne? Wisst ihr Bescheid? Ist wieder Stream. Ab 19 Uhr. Eko. Eko am Start. Und ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage mal, Anni hat bis morgen das Formular für die Serverbewerbung fertig. Was? Okay. Wenn das so schnell gehen soll, ja, dann, dann, dann habe ich das morgen fertig. Na, hallo, wir wollen mal loslegen. Ja, ja, ist ja kein Problem. Die Leute sind schon ganz hippelig. Ist ja in Ordnung. Mach ich fertig. Also wisst ihr Bescheid, ne? Ab morgen dann im Stream gibt's dann dieses Bewerbungsformular. Da könnt ihr euch dann eintragen und dann läuft die Bewerbungsphase für den Community-Eko-Server, ne? Aber hallo. Von daher, hier die, die Kisten in der Küche sind voll. Was ist denn da los? Na, ich weiß nicht, warum sind die? Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Blaubeeren hinpacken soll. Ja, ich hab auch so viele in der Tasche, aber ich muss die erst mal verarbeiten. Aber man muss erst mal schauen. Wir haben noch jetzt hier unseren schönen Ofen. Dann stelle ich einfach noch ein bisschen Huckleberry-Pie her. Ich packe, ich packe die einfach mal hier mit in die anderen Kisten, ne? Kannst du dann sortieren, wenn wir dann wieder umziehen in die andere Küche. Ja. Ach shit, wir haben ja noch gar keinen Ofen. Wie komme ich denn drauf? Den können wir da bauen. Ja, also sollten wir auf jeden Fall. Wir wollen ja jetzt eigentlich die alte Küche reparieren, denn meine Behausung hier ist ja nur übergangsweise in Ordnung. Ja. Also eigentlich ist das jetzt unsere Behausung, hast du gesagt. Was? Was? Was habe ich gesagt? Eigentlich ist das jetzt unsere Behausung. Ja, also, naja. Na ja. Mal gucken. Wenn du nett bist, darfst du da bleiben. Da wohne ich weiter in meiner Ruine. Hallo, ich hab dein Haus wieder aufgebaut. Das ist ja wohl total nett. Ja, das stimmt. So, wir brauchen aber jetzt halt irgendwie den Ofen da. Ja, das sieht total cool aus. Hier der Krater ist ja schön zugewachsen. Alles zugeschüttet und hier alles mit Bäumen zugewachsen. Echt geil. Sehr cool. So, ja gut, dann würde ich sagen, reparieren wir erst mal die alte Küche hier. Ja, und übrigens, du hast noch eine Sache nicht getan, oder? Was habe ich? Also mit dem neuen Meteoriten. Achso, stimmt. Da war doch noch was. Ja. Was kannst du jetzt direkt machen? Wahrscheinlich kommt er direkt runter. Ach, Quatsch. Ja, wir wollen uns jetzt hier mal einen neuen Meteoriten spawnen. Wir haben ja gesagt, entweder nehmen wir den alten Spielstand, also den, den, äh, ja, quasi vor der Katastrophe wieder. Oder wir spawnen hier einen neuen Meteoriten. Und ihr warnt ja auch der Meinung. Ich muss natürlich erst mal gucken, wie der Ding heißt. Ja, guck mal. Ihr wart ja auch der Meinung, okay, wir können auch hier einfach einen neuen Meteoriten spawnen. Und das machen wir jetzt auch. Da oben, der ist direkt über uns. Oha, ja. Zwölf Tage. Um Gottes Willen. Ja, das haut doch hin. Zwölf Tage. Wir haben ja schließlich jetzt schon ein bisschen Vorarbeit geleistet. Und in zwölf Tagen wird hier der nächste Meteorit kommen, den wir dann definitiv mit den Laserkanonen abwehren werden. Aber hallo, Freunde. Aber hallo. Aber hallo. Das ist der Plan. Da haben wir wieder ein bisschen Druck. So sollte es sein. Ja, eben. Was wollte ich gerade holen? Also ich wollte dann die restlichen Blaubeeren hier rauspacken. Ich wollte den Ofen. Ich wollte mal kurz gucken. Wo ist denn der? Der Bakery Ofen. Haben wir den nicht schon hergestellt, sag mal? Nein. Wirklich nicht? Also ich weiß noch nicht. Keine Ahnung. Ach nee. Ach, letztens vielte Eisen. Eisen haben wir jetzt aber wieder, oder? Nein. Also ja, wir könnten welches herstellen. Wir bräuchten zwei Eisenbarren. Ja, wir könnten welches herstellen. Na dann an dem Dings hier draußen, ne? Ja, das Problem ist, wir müssen dann die Tailings wieder entsorgen. Naja, das kann ich ja machen. Ist ja kein Problem. Hast du das geskillt? Nein. Metalworking. Aber das kann ich mal eben machen. Ich hab so viele Punkte. Ja, warte mal. Ich mach das mal eben hier und dann können wir erstmal, ne? Ja, das war es. Also ich stell mal zehn Bachen her. Ja, das ist gut. Und die Tailings bringe ich dann einfach runter. Und den Bast-Firniss haben wir auch schon jetzt. Cool. Wie lange dauert denn das hier eigentlich? Das geht ja sogar. Ja, das geht flott. Dann würde ich danach nicht das Ding herstellen. Wir haben schon Version 0.7.3 und es soll ja angeblich mit Version 0.7.3 jetzt einfacher sein, hier die Glasblöcke zu bauen. Aber ich hab jetzt, weiß nicht. Wir müssen mal testen, ein paar abbauen, wir ranbauen. Was sollte denn eigentlich noch alles kommen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Hier wächst ein Baum ins Klo. Ins ehemalige Klo. Auf jeden Fall soll es schon Support für Übersetzungen geben. Oh, stimmt. Da bin ich mir eigentlich ganz sicher, ob die schon funktionieren oder ob das schon implementiert wurde. Ich hab nämlich noch keine Patch-Notes gelesen jetzt zu 0.7.3. Ansonsten, was waren noch? Kurz überlegen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Irgendwas Wichtiges war noch, Mann. Ich hab das schon mal vergessen. Mann, Alter. Im wahrsten Sinne, das Alter. Das Alter. Das gute Alter. Ich weiß es leider auch nicht. Kannst du nicht sagen. Es fällt mir bestimmt noch ein. Ach, bestimmt. So, wir wollen auf jeden Fall hier schon mal den Mist von der Küche runter haben. Es ist ja überschaubar hier, ne? Also, naja. Ja. Ich hole mal kurz einen Wagen. Ich hole mal kurz einen Wagen. Mach das mal. Wo ist denn der Wagen eigentlich? Der ist hier in einer der Kisten. Also, wenn du in den, äh, Dings hier, ach, wie heißt denn das Teil hier eigentlich? In die Blumery reinguckst, dann siehst du auch verknüpft den Wagen. Ja, ja, aber ich hab ja einen Wagen hier schon gebaut, einen großen. Mich wundert grad, dass ich die Ingots nicht sehe, die schon fertig sind. Na, die, die kannst du erst rausholen, weil nichts verknüpft ist. Kein, äh, kein, ähm. Na, da ist ja einiges verknüpft. Aber trotzdem landet's nicht drin. Aber eigentlich soll das drin landen. Landet nicht drin. Hm. Also, das ist komisch, weil ich hab hier genug Sachen, die irgendwie verknüpft sind und die zeigen hier nirgends das Eisen an. Na, du kannst ja erst mal, du kannst ja erst mal hier mit zur Küche kommen. Ja, komm mit zur Küche. Ist der Wagen schon wieder voll? Ne. Wollte schon sagen, also ich hab grad reingeschaufelt und auf einmal ging rein. So, zack. Ab zum Kitchen. So, bin da. Na dann schaufeln wir mal mit runter. Mhm. Was ist denn hier zum Schaufeln? Hier ist doch gar nichts mehr zum Schaufeln. Na, der Dreck auf dem Dach. Sag mal. Ach, auf dem Dach? Na hier, siehst du doch. Ach, da vorne. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. So. Klopp. Ist nicht schwarz genug. Ne, ich hab nicht übers Dach geguckt. Der ganze Dreck. Da kommt man ja so gut ran, da oben. Naja, du kannst ja von unten rausschaufeln. Das weiß man jetzt halt zum Wagen runter ran, aber das geht normal nicht anders. Hätten natürlich oben einen Wagen stellen können, aber ich hätte jetzt keinen mit. Ach naja, egal. So viel ist es ja nicht, ne. Also, bei der Dings, bei der Lagerhalle oder bei der Fabrikhalle können wir das da drüben machen. Aber wenn wir jetzt jetzt zweit sind, dann geht das relativ flott. Ja, guck mal. Haben wir ja schon fast erledigt hier. Ja, dann hole ich schon mal Ziegelse. Mach das mal. Damit wir die schon mal bauen können. Und, äh, die Lagerhalle. Die wird auch noch mal was. Die müssen wir auch noch komplett von der ganzen Dreck befreien. Die hat's richtig erwischt. Unglaublich, Freunde. Unglaublich. Ja, übrigens, was ich mir sagen wollte. Es gab jetzt für diejenigen, die sich vielleicht schon mal gefragt haben und vielleicht noch nicht so informiert sind, ähm, ein kleines Mini-Video, quasi, ähm, von den Entwicklern. Da haben sie nämlich vorgestellt, dass es demnächst Müll geben wird. Der gute Müll. Ich fand das auch sehr interessant. Und, äh, ja, man hat da so ein kleines Papierkorb-Icon rechts neben der Quickslot-Leiste. Mhm. Kannst den ganzen Müll reinziehen. Mhm. Und dann muss der den irgendwann ausladen. Genau. Und der sieht dann wirklich aus wie auf so einer Mülldeponie. Ja, dann kippt man nämlich ähnlich wie bei den Tellings irgendwelchen Krempel in die Landschaft. Mhm. Wunderschön. Und man muss das dann halt entsprechend irgendwo lagern. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Ja, total. Und ich würde mir wünschen, wenn es dann irgendwann tatsächlich noch Recycling geben würde. Ne? Also Müll ist ja das eine, aber Recycling das andere. Mhm. Aber das kommt bestimmt noch. Das kommt bestimmt wirklich noch. Das würde zum Spiel ja total passen. Mhm. So. Mensch. Nur noch die letzten hier. Du kannst ja schon mal anfangen, das irgendwie wieder ordentlich zu bauen. Na, mach ich doch gar nicht. Achso. Das sind ja jetzt nur noch zwei so eine Dreckdinger. Genau. Ein kleines Ding musst du hier noch lassen. Sonst komme ich da ja nicht mehr ran. Und dann haben wir für immer Dreck auf dem Dach. Na, ja. Ja, nur eine Erinnerung. So, eins noch. Das ist praktisch, dass man sich hier nicht verletzen kann, wenn man oben runter springt. Hey! Jetzt hast du zugemacht. Na, du kommst doch hier noch ran. Ah, ja. Warte mal. Kommst du noch ran? Na, gerade so. Ja, ich... Das ist ja weg. Das ist ja alles super. Alles super. Alles leer um? An die Erinnerung bekommen. Sehr schön. Ja. Ah, Mensch. Da brauchen wir dann nur noch eine Tür. So, ich gehe jetzt noch mal hier zur Bloomerie. Ich hoffe mal, dass das jetzt fertig ist. Und dann stelle ich den Ofen hier gleich wieder in die alte Küche. Oh, ja. Oh, ja. Kitchen Revival. Da können wir eine Küchenparty machen. Na, aber hallo. Man, ich drücke jetzt mal die falschen Tasten. Wir haben gestern irgendwie PixArk aufgenommen und da noch Seven Days gespielt. Ich drücke immer die falschen Tasten. Tab für Inventar und weiß ja nicht alles. Du musst herkommen. Und I für Inventar. Das ist auch alles falsch. Was ist denn los? Ich kann das doch nicht rausnehmen. Warum ist das nicht verknüpft? Na, bei dir ist es nicht verknüpft. Bei mir schon, aber weil es bei dir nicht verknüpft, das funktioniert jetzt nicht. So. Okay, jetzt ist es draußen. So, gut. Super. Vielen Dank. So. Okay. Auf geht's. Stellen wir mal den Leckerofen her. Den Leckerofen? Den Leckerofen. Haben wir noch Türen irgendwo? Ich wollte mal bei der Kiste... Ja, vier Stück. Hier links in der Kiste. Neben mir. Okay, dann hole ich mal schon mal die Kisten raus. Äh, die Kisten da schon. Die Türen raus. Und ich will mal F drücken, wenn wir den Inventar öffnen. Was ist denn da los hier, Leute? Das ist einfach PixArk. Das ist einfach... Nee, ist Eco. Ja, das... Ja, du weißt, was ich meine... Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich muss das so kommentieren. Ach, sei ruhig. Nein. Wir brauchen Brick. Brick? Brick. Ja, ein Ziegelstern von Kopf. Ja, brauchen wir auch. Aber ich finde das so geil, dass das hier alles schon zuwächst mit Gras. Das ist echt cool. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Und da haben wir tatsächlich das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten. Nämlich hier... Ja, im Prinzip eine wunderhübsche Landschaft. Also bis auf die Krater, die da natürlich schon existieren, aber... Ja, gut, die gehören dazu. Dann ist ja erst mal egal, ne? Wo kommt Brick eigentlich her? Oder hast du das bisher nur vom alten Haus abgebaut? Na, ich hab das jetzt bisher nur vom alten Haus genommen. Okay. Dann baue ich mir da auch mal ein bisschen was von deiner Hütte, deiner ehemaligen Hütte ab. Es ist traurig, es ist wirklich heftig, wie die getroffen wurde. Ja, toll. Das ist wirklich hart. Und keiner hat Mitleid mit mir. Doch, ich hab wirklich Mitleid mit dir. Ja, nur du. Ja. Du musst ja auch. Ja, ich muss. Hallo. Wir leben hier unter einem Dach. Ja, jetzt zeigt mir ein bisschen Mitleid für Marios Hütte. Das ist wirklich bitter. Das ist alles kaputt gegangen. So viel Liebe, wie er da reingesteckt hat. Und das ist alles zerstört. Alles kaputt. So. Der gute Brick. Ich bringe dann schon mal den Sondermüll wieder runter in den Keller. Ach, sonst hätte ich das auch machen können. Ja, könnt ihr machen. Ja, leg den mal irgendwo hin. Gut. 20 mal Ziegel jetzt hier mit. Was sollte erstmal passen? Ich glaub, der Ofen braucht nur 6 oder so. Ja. Und dann gibt's gleich wieder Kuchen. Ja, ich hab übrigens festgestellt, beim Durchschauen letztens, wenn ich mal einlocke, hier bei der Aufnahme, beziehungsweise kurz vor der Aufnahme, und zwar, ich gucke mir woanders, und zwar haben wir nämlich irgendwie letztens, wo war das hier, Moment, ich guck nochmal ganz kurz nach, bei den Bison sind irgendwie ein paar gestorben, aber ich weiß nicht, wo die hin sind. Es sind nämlich nur noch 12 da. Mhm. Anstatt 18 wie vorher. Okay. Ne, generell Hasen sind gestorben, also im Prinzip hat sie ja nichts vermehrt, das ist alles nur weniger geworden. Vielleicht im Nachgang dann noch. Hm, keine Ahnung. Das ist ja traurig. Ja, könnte ich mal die Kameras, äh, Bibs hier, können sich mal irgendwie vermehren oder so. Ja, ist halt die Frage, ob das passieren kann, dass sie sich von sich aus... Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich glaub's ehrlich gesagt nicht, aber... Ich könnte's mir halt irgendwie doch vorstellen. Hm, also falls jemand von euch wei ist, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, ob sich da wirklich die Pflanzen nochmal von alleine vermehren. Durch den Wind, der dann den Blütenstaub weiterträgt. Na, ich mein, Bäume und sowas vermehren sich ja schon weiter, ne? Ja, deswegen ja. Also, zumindest die Eichen, sagen wir's mal so. Wobei das, ich glaub, bei den normalen Setzlingen ist das auch der Fall. Echt? Ja, letztens hab ich nämlich so kleine Mini-Setzlinge gefunden von, äh, den, ich weiß, war das andere? Äh, Birke oder so? Keine Ahnung. Okay. Also, es sollte auf jeden Fall funktionieren. Aber ich weiß es nicht, 100% nicht. Hm. Ja, wenn ihr das wisst, ne? Ihr wisst, äh, wo ihr euch quasi auslassen könnt. Wir brauchen hier immer noch wichtige Tipps und Tricks. Mhm. Und dann kommt der Asteroid wieder angeflogen. Oh Gott. Zwölf Tage sind auch nicht viel. Das muss man einfach mal sagen. Nee, zumal wir ja auch nicht die ganze Zeit hier am rumtüdeln sind. Aber, wie gesagt, wir haben ja auch demnächst noch die Community-Server am Start. Das wird bestimmt auch richtig cool. Oh ja. Absolut. So, jetzt kommt hier noch der Kram rein. So, sehr schön. Das holt schon mal hin. Äh, die reichen noch gar nicht. Da ist ja auch ein Krater im Wasser. Hm. Das ist ein Krater im Wasser. Ja. Hm. Haben die die Fackel geändert, sag mal? Dass die anders aussieht? War das schon immer so, Dings, so ein Seil rumgewickelt da oben zum Brennen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sah vorher irgendwie anders aus. Aber ich will meine Hand hinzweilen. Ich glaube, die Fackel sieht anders aus. Kann sein. Sieht die Fackel anders aus, Leute? Könnt ihr uns das mal schreiben? Das stimmt, das ist die Frage. Ich bin der Meinung, die sieht anders aus. So, okay. Die Tailings stehen übrigens oben vor der Dings, ne? Vor der Dings? Na, vor der Küche. Ja, ja, ja. Hol ich gleich ab. Ich muss noch kurz was hier erledigen. Wichtige Dinge zu tun. Du musst Baum fällen. Also du musst Baum fällen? Ja, weil ich brauch Äste. Denn das Pitch, was du angeschmissen hast, hat zu wenig Äste drin. Deswegen hol ich dir jetzt. Aber wir haben noch eine Pitch. Oder wofür brauchst du Pitch? Nee, ich brauch ihn gar nicht. Du hast ihn irgendwann angeworfen. Ja, das ist ja nicht richtig. Ja, ich wollte es jetzt nicht abbrechen. Und deswegen packe ich jetzt einfach den Kram damit rein. Du musst es ja auch nicht abbrechen. Du kannst es einfach laufen lassen. Weil wenn du neue Dings anwirfst, dann wird es automatisch gemacht. Achso, ich dachte, es geht nur nacheinander. Nein, 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 nein. Es wird immer das gemacht, wo die Rohstoffe da sind. Da siehst du 36 Sekunden noch. Na gut. Macht aber trotzdem nichts. Ja, hallo. Ich bin neu hier in Eko. Was gibt es hier so? Ähm, Woodcard. Ich nehme deine Woodcard noch mit. Mhm. Ich brauche ihn ja eh nicht. Lalalalalala. So, dann kommt jetzt trotzdem mehr Kram rein. Schaden tut es ja nicht. So, das sind die 10. Dann können wir aber gleich mal testen, ob man jetzt eigentlich unter den Glasteilen durchlaufen kann. Oder ob das immer noch so ein Problem darstellt, dass man sich hier drüber stößt. Dass man sich hier drüber stößt. Hm. Das können wir gleich mal ausprobieren. So, ich packe mal hier den Karren diesmal in die Dings rein. Dings? Sprich ich aus? Äh, na hier ins Rechenzentrum. Achso. Das kannst du machen. Weil hier ist nämlich ein bisschen mehr rauszuschaufeln und das will ich jetzt nicht alles runter tragen. Juhu. So, ich bringe mal den Ofenschund vorbei. Weißt du, was hier fehlt? So eine Candle, so ein Candle-Helmet hier von. Oh ja, von PixArk. Oder von eigentlich fast jedem Spiel. Also so ein schöner Helm. So ein Minenhelm auf jeden Fall, ja. Die Wagen sind noch nicht benannt. Was für eine Katastrophe. Die Katastrophe war schon der erste Rüteneinschlag. Ja, aber das ist noch viel schlimmer. So, dann können wir die Küche ja diesmal ein bisschen anders gestalten. Ja, die kannst du jetzt einrichten. Das ist aber nett. Das hast du ja im letzten Mal auch gemacht. Ja, eben. Du machst das ordentlich. Ich mach alles ordentlich. Hallo, ich hab alles schon immer ordentlich gemacht. Wir haben nur gerade kein Fuel. Aber das können wir ja dann noch reinschütten. Du meintest, die Tailings sind vor der Küche. Naja, im Wagen unten. Achso. Komm her, mein Wagen. Die müssen zeitnah in den Keller. Ja, die kommen jetzt auch runter. Oh, ist so dunkel hier. Das stimmt. Oh ja, also auf jeden Fall noch richtig viel Zeug von rausschütten. Im Rechenzentrum? Mhm. Oi, oi, oi. Ja, das hat's auch gut erwischt. Wir müssen auch bald neue Rampen bauen für die Mine und den Bunker und so. Na, 20 hab ich noch. Also, wir brauchen halt noch Steine dann. Aber das ist ja nicht das Problem. Steine krieg ich mal heran. Ich kann immer nur 10 oder? Ja, tatsächlich. Nur 10 Tailings tragen. Du musst erst unten die Tür aufmachen, sonst kriegst du das nicht rein. Ah. Danke für den Hinweis. Da hab ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Mhm. Na, ich sag's dir mal vorher, bevor ich dich einfach runterdrucken lasse, ne? Ja, das ist nett. Das ist... Manchmal hab ich auch gute Tage. Ja, das merke ich. So, Tür auf. Ach so, du hast doch letztens in der Folge, wo ich nicht da war, die Steine gesucht. Ja. Und die hatte ich schon für das Haus mit benutzt, für mein Haus. Das ist schön. Ja, ich hab doch letztens... Das ist die besondere Deponie, dass die Bunkertür gleich zweckgefremdet wurde. Ja. Ich hab die ja letztens weggebaut und ja. Manchmal ist das so. So, man hört die auch gar nicht auf. Äh, man, man, man. So, wird's auch langsam wieder hell hier irgendwie? Ist ja langsam. Immer noch dunkel. Moment, hier können wir auch die Tür wieder ins Rechenzentrum reinbauen. Mh, die leckeren Tailings hier. So, Moment, sollte nicht eine Glastür kommen, sag mal? Metall, oder? Oder eine Metalltür? Ja, generell doch noch auch so eine, ähm... Ne, warte mal, das war jetzt noch nicht. Die Tischlampe, die kommt später erst, glaube ich. Das war der nächste Ausblick. Aber ich glaube tatsächlich eine Glastür oder eine Metalltür. Eins von beiden. Ich guck mal kurz, ob ich... Ja, mach das mal bitte. Wo würde man das denn finden? Wahrscheinlich bei, äh... Mason, denke ich mal, am Mason-Table. Masonry. Glassworking. Meinst du beim Glassworking? Ich hätte... Framed, framed Glassdoor. Uh. Ja, geil, dann schmeiß doch mal an das Teil. Ja, müssen wir bauen in der Factory. In der Factory, natürlich. Das geht natürlich noch nicht. Kurze Frage, ähm... Hier ist jetzt auch noch Erde drin im Wagen und Ziegel. Die kann drinbleiben. Bleibt drin. Dann schlepp ich die wieder noch. Toll, okay. Also eine Glastür können wir noch nicht bauen, Freunde. Da brauchen wir erstmal eine Factory. Und für eine Factory brauchen wir erstmal natürlich noch, äh... Ja, eine Forge und alles Mögliche. Wir haben ja nichts. Wir haben ja nichts. Den Wagen lasse ich jetzt mal hier stehen. Ja, das muss auch noch alles rausgeschüttet werden. Ich brauche auf jeden Fall, ähm... Kohle. Kohle? Haben wir vorne noch, ne? Ja, ja. Du hättest aber euch hier mit aus der Minie bringen können. Ah, ja. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Naja, ihr wisst ja, wie das ist. Manchmal. Am Frühjahr morgen. Manchmal vergisst man was. Ja, es ist früh am Morgen. Relativ. Es ist kurz nach dem Aufstehen. Ja, 10.42 Uhr. Das ist super früh. An einem freien Tag ist das super früh. Ich wollte gerade sagen. Normalerweise sitzt man da eben noch nicht am Rechner und nimmt es auf. So, Kohle. Komm her. Das ist alles Eisen. Ja, jetzt. Ähm, wir müssen auf jeden Fall dann zusehen, dass wir relativ zügig die, äh, den Blast-Furnace hinkriegen. Das Problem ist nur, wir haben echt gar keinen Raum, der irgendwie dafür geeignet ist. Mhm. Aufräumarbeiten. Aufräumarbeiten hier bei uns im Durch, äh, im Durch, im Dorf. Das war völlig durch schon. Das war völlig durch. Das gehört aber dazu. Ja, da komm ich auch durch. Du, ich hab auch immer so, so Sprach, äh, Störungen hier. Ja, wer, wer kennt's nicht, ne? Kennt bestimmt auch unsere Zuschauer diese Sprach, äh, Störungen, dass man irgendwelche Wörter verwendet, die man gar nicht sagen wollte. Die man gerade gar nicht verwenden wollte. Ah. Wer kennt das nicht? Die pure Verwirrung. Aber hallo. Uns wird langsam hell. Ja. Der Ofen ist betriebsbereit. Was? Der Ofen ist betriebsbereit. Äh, ist jetzt? Der Ofen ist betriebsbereit, ja. Also, es war jetzt eine Aussage und keine Frage. Nein, das war eine Aussage. Ausrufezeichen. Ja, das klang wie eine Frage. Nein, nein, nein. Aber ich brauche jetzt noch Tello. Haben wir nicht. Huckleberry Samba und Mehl. Schön. Tello. Ich baue mal, warte mal, ich schmeiß mal noch eine weitere Mehl an. Nein, Butchery Table brauchst du auch noch? Ich brauche alles. Alles. Haben wir irgendwas, was viele Kohlenhydrate gibt eigentlich? Sag mal, bis auf diese Viertelhalsdinger. Ähm, die Bohnen geben, nee. Nicht auch eine Menge. Ansonsten, ähm, warte mal. Kurz, ohne Momento. Der Mais in rohem Zustand, aber auch gebraten. Na, ich hätte schon gerne irgendwie eine bessere Qualitätsstufe. Geht gerade noch nicht. Da musst du jetzt mal kurz mit leben, dass das noch nicht so ist. Boah, diese Fabrikhalle sieht aus, ey. Wie ein Bombenkrater. Ja, hallo. War ja auch quasi so eine Art. Ich hätte einen richtig fetten Brocken abbekommen. So, zwei Milz. Dann brauche ich jetzt hier noch Stone. Eindeutig zu wenig Stone. Ja, nimm dir doch erstmal das andere Zeug raus. Ja, klaue ich jetzt. Auf jeden Fall. Hm, diese Musik. Ich brauche Steine. Boah, ich renne immer hin und her, ne? Irgendwie, anstelle ich einfach alles gleich aus der Mine mitschleppe. Ja, das Problem ist halt am Anfang, es ist halt noch nicht wirklich so vernünftig sortiert. Ne, vor allen Dingen, weil das Haus so weit weg ist. Ja, das auch, aber das wollen wir ja ändern, ne? Ich meine, wir arbeiten ja dran. Naja, das stimmt. Mal gucken, was hier noch einschleppen muss. Und da ist ja alles in Ordnung. Was haben wir denn hier noch? Da brauche ich nichts weiter. So. Hm, nochmal kurz eine Frage. Die anderen Küchensachen, die waren auch an der Factory, oder? Welche anderen? Na, ähm, der andere Ofen. Oder der Stove. Nein, kann ich noch hier drüben bauen? Ja, das wäre vielleicht ganz cool. Am Amboss. Und die Kittchen selbst, die war an der Factory, glaube ich. Ja. Oder nee, das haben sie doch geändert damals dann, oder? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht kannst du mir das ja noch sagen. Also ein Cast-Irons-Dorf haben wir hier. Ja, den brauche ich. Und wir haben hier noch einen Zementkiln. Zementkiln brauchen wir aktuell nicht, glaube ich. Ne, brauchen wir nicht. Wir bauen gerade kein Zement. Ne. Obwohl, wir brauchen dann Zement für die Windräder und so einen Krempel. Ach Gott, ey, wir brauchen doch wieder alles. Ja, natürlich. Hallo, wir haben zwölf Tage Zeit. Ja, ja, ja. Hast du jetzt schon ein ganzer Metall versammelt hier eigentlich, sag mal? Ne, ich habe noch acht in der Tasche. Ich packe die. Ja, pack das mal bitte morgen in der Kiste. Hier am besten neben dem Amboss. Hm, jo. Warte. Bitteschön. Kannst du nehmen. Es leuchtet mich auch der Ofen. Ne, Quatsch, Moment, noch nicht. Es läuft noch nicht so. Es ist noch nicht so flüssig hier. Aber weißt du, was gut ist? Wir haben zumindest schon mal die Lampen gesichert. Die hatte ich ja im Inventar. Ja, das ist ganz geil. Ein bisschen Licht können wir machen, aber wir haben ja noch gar nicht genug Strom. Ne, wir brauchen erst dann den Generator führen. So, aber ansonsten können wir schon mal den Machine Shop bauen. Auf jeden Fall. Wir brauchen eigentlich auch noch. Wir brauchen eigentlich alles. Und was haben wir hier noch? Machine Shop. Brauchen wir hier Bretter, Lamba und was hat er nicht gesehen. Alles. Einfach alles. Und ich bin übrigens schon mal gespannt, wenn wir dann auf dem Community Server spielen. Ja. Dann können wir auf jeden Fall schon mal. Achso, Moment, ich spreche jetzt mal eine Sekunde. Ähm, da können wir auf jeden Fall mal die Münzprägeanstalt bauen. Oh, geil. Und dann geht's los. Dann gibt's die Eichelwährung. Ach, die gute Eichelwährung. Ihr wisst Bescheid. Und immer schön, ne? Das sieht so geil aus. Guck mal, als wenn hier nichts gewesen wäre. Ja, aber nur an der Ecke. Ganz viel Gras. Ne, das dauert halt eine Ecke, ne? Ja, klar. Im wahrsten Sinne. So, dann baue ich hier mal vorne auch ein Mühlrad wieder ran, damit du auch entsprechend mechanische Energie hast. Äh, die brauche ich auf jeden Fall, weil ich baue ja gerade schon die beiden Milz. Mhm. Alles reparieren. Es wird auch langsam, Freunde. Es wird langsam. Ja, ich meine, ne? Morgen im Stream, da haben wir ja dann auch ordentlich Zeit. Und da kommen wir, glaube ich, auch richtig gut voran dann. Ja. Das ist ja dann immer nichts für die Aufnahme, dieses ständige Hin und Her und alles, ne? Aber das im Stream, das läuft dann. So. Da kommen wir dann gut voran. Energie am Start. Sehr schön. Ach man, hier fehlen ja immer noch Steine. Ich wundere mich, warum es nicht vorangeht. Ist natürlich die Frage, ob wir das ja unten wieder repariert bekommen, irgendwie mit dem Wasser, ne? Ist schwierig. Schön wäre ein Eimer und dann kannst du es rüberschöpfen. Mhm. Dann hast du da unten einfach irgendwie noch so ein kleines Seelein. Aber wir kriegen das schon hin. Man sagt, ansonsten einfach Erde überall absammeln. Ja. Ich meine, wir können doch hier quasi den Dreck, der da auf den Häusern liegt, nehmen und den dann dahin stopfen. Ja, ja. Also das Zuschütten ist nicht das Problem. Das Problem ist nur einfach, dass der Fluss kein Fluss mehr ist. Der ist dann einfach, der hört dann hier unten auf, oder was? Na, dann müssen wir es halt freischaufeln. Ja, aber es ist halt die Frage, ob das Wasser wieder da hinfließt. Ich würde es ausprobieren. Hm. Da können wir uns ja mal drum kümmern. Also ich würde es einfach echt mal freischaufeln da irgendwie und dann gucken wir mal, ob das klappt oder nicht. Na guck mal, ich habe schon mal hier Wasser durchgelassen. Das ist halt doch nicht die Frage, wo es hinfließt. Na. Jetzt fahrt er nicht mehr weiter. Da fließt es erstmal weiter runter. Hm. Okay. Na, das ist halt die Frage, ob das dann komplett reicht. Gut, aber unten drunter ist noch Wasser. Das ist schon mal gut. Ich dachte, hier wäre schon alles zu mit irgendwie Dreck oder so. Also kannst du es einfach wieder befreien. Und da drunter ist super klares Wasser. Ja, hallo. So umweltbewusst, wie wir leben, ist total klares Wasser. Selbst wenn der Meteor nicht drunter stürzt. Ja, komm. Sieht doch schon wieder langsam aus wie ein kleiner Fuss. Alles in Ordnung. Könnte schlimmer sein, meinst du? Ja, ich bin auch froh, dass es nicht schlimmer ist. Ja. So, wie lange dauert das denn jetzt noch? 20? Ne, 3 Minuten 20 Sekunden. Oh je, Mini. Naja. Dann bringe ich schon mal ein bisschen Mehl rüber. Und noch eine Kiste. Und überhaupt die Huckleberries. Wo ist denn das Mehl? Da. Und was brauche ich noch? Was habe ich gesagt? Mehl, Huckleberries und Tello. Ja, Tello haben wir aber gerade noch nicht am Start, oder? Tello haben wir noch nicht. Da müsste das ja jagen gehen. Ja. Weil Tello kriegt man ja so nicht ran. Ne, da müssen wir. Oh Gott, die Amtiere. Erstmal irgendwas anderes hier. Ja, da müssen wir irgendwie, ich glaube, also wie sonst auf jeden Fall nicht. Die haben sich schon nicht erholt. Ne, ne, irgendwas Kleineres ist ja auch okay. Aber hier ist doch Render. Ja, okay, warte mal. Wir haben echt kein rohes Fleisch mehr, oder? Haben wir doch noch was? Also Rohfleisch ist ja auch. Doch, stimmt. Ne, dann kann ich doch. Ne, das ist Prepared. Warte mal. Das ist nicht roh. Achso. Das sieht nur so aus, aber es ist nicht roh. Ö, schnarch. Toll. Ja, dann wird das so schnell nichts. Warum kann ich denn nicht? Vielleicht, warte mal kurz. Vielleicht kann ich aus dem Prepared Meat trotzdem nochmal irgendwas rausgewinnen. Ist ja manchmal möglich. Aber wahrscheinlich, naja. Einfach nur durch den Mixer holen und fertig. So, okay, der Fluss hier vorne sieht auch schon wieder ein bisschen aus wie ein Fluss. Mhm. Ich glaube, den Rest können wir dann im Stream machen, oder so. Ja, das würde ich denken. Musst du mal aufschreiben, was wir alles so an Plan haben. Alles. Damit wir das nicht vergessen. Dann ist der Stream vorbei und auf einmal so, höh. Und wir haben nichts geschafft. Wir haben nichts geschafft. Einfach nur gequatscht. Kann auch passieren. Das wäre ja auch nicht weiter schlimm, ne? Nein, das stimmt. So, guti. Ich würde aber sagen, wir sind dann erstmal durch für heute. Ihr dürft nicht vergessen, am Samstag, den 31.03. ab 19 Uhr bei uns auf unserem Twitch-Channel vorbeizuschauen. Denn da findet wieder ein schöner Eco-Stream statt. Wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen. Ein bisschen. Ein bisschen mehr. Ja, und zudem wird es da dann auch im Stream von mir den Link zum Bewerbungsformular für den Eco-Community-Server geben. Wir haben ja gesagt, den wird es dann direkt in den Streams geben für die Leute, die die Streams nicht direkt live schauen können. Ihr könnt sie ja nachschauen. Der Twitch-Chat ist dann auch immer noch erreichbar. Also, ne, Zwinker. Einfach da mal gucken. Irgendwie nebenher laufen lassen. Und wenn ihr dann quasi hellhörig werdet, dann findet ihr das Formular dort auch. Es wird natürlich dann morgen nochmal ein Erinnerungsvideo geben wegen dem Stream. Na, aber hallo. Nämlich die morgige Eco-Folge. Richtig. Also, das ist ja dann quasi euer Reminder morgen nochmal. Aber ansonsten schreibt ihr euch das einfach heute schon mal hinter die Ohren. 19 Uhr am Samstag, 31.03. Twitch.tv Slash Source Gaming. Alles zusammengeschrieben, Mensch, ne? Braucht ihr mal keine Oster-Eier suchen, da könnt ihr direkt Stream schauen. Genau. Also dann, ihr Lieben, wir freuen uns riesig auf euch, ne? Also, lasst uns einen Kommentar da, ob ihr dabei seid, ne? Und überhaupt, lasst uns auch bitte noch einen Kommentar da, ob die Fackel jetzt anders aussieht. Wir wissen es gerade echt nicht. Die sieht anders aus, eindeutig. Die sieht wahrscheinlich wirklich anders aus. Aber, ne, also manchmal trübt ja auch das alte Hirn von uns. Ne, ich glaube nicht. Die brennt auch anders, bin ich der Meinung. Wir werden es ja sehen. Ihr wisst es bestimmt besser. Also dann, wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss. Tschüss.